Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Video im Vorfeld des Tag der Lehre 2017 an der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin der Christian Freisleben im Skillteam mitverantwortlich für die Organisation, Umsetzung und Weiterentwicklung dieser fantastischen Veranstaltung. Und ich habe hier einen Gast aus Kärnten bei mir und darf dich bitten, dass du dich vorstellst. Ja, mein Name ist Florian Bohner. Ich habe hier die Professur für Gesundheitsökonomie seit gut zehn Jahren an der Fachhochschule in Kärnten. Und da neben meinem fachlichen Interesse Gesundheitsökonomie, insbesondere Wettbewerb in der sozialen Krankenversicherung, auch ein sehr großes Interesse in den letzten zehn Jahren entwickelt an innovativer Lehre, an besonderen Formen der Lehre, die ich neben der klassischen Vorlesung, die ich immer noch für eine ganz vernünftige und gute Form halte, entwickle. Und ja, habe Freude, diese beiden Dinge nebeneinander zu verfolgen. Ja, du bist Teil bei uns im Disk Space und ich möchte dich gerne fragen, was du dort inhaltlich einbringen willst. Ich möchte gerne unser Konzept vorstellen, das da heißt Lernen durch Herausforderung. Ich habe da mit einem Kollegen von mir zusammen vom Bereich Wirtschaft, mit Dietmar Sternner zusammen, ein kleines Büchlein auch geschrieben. Wir sind uns da so zusammengekommen, als wir beide so den Astro Zendi gewonnen haben und haben dann uns gemeinsam überlegt, haben wir so völlig unterschiedliche Ansätze von Lehre oder nicht und sind draufgekommen, dass das eigentlich ganz ähnlich ist und wir auf ähnliche Dinge hinauslaufen und versucht, das ein bisschen zu abstrahieren. Und dabei ist dann dieses Konzept Lernen durch Herausforderung rausgekommen. Und dieses Konzept möchte ich anhand von zwei bis drei Beispielen, also zwei Beispiele, die ich selber auch regelmäßig inzwischen durchführe, vorstellen. Das heißt also, jetzt werden die zwei Konzepte vorgestellt. Das ist einmal so eine hochschulinterne Konferenz bei uns, die jetzt in diesem Semester, glaube ich, zum zwölften Mal stattfindet, wo die Studierenden ihr erstes Forschungspapier in kleinen Gruppen entwickeln und so den ganzen Prozess durchgehen, sich die Forschungsfrage überlegen, überlegen, welche Methoden die Daten ausprobieren, dann ein Paper schreiben, das geht durch einen Review-Prozess und da greifen wir überall gar nicht ein. Und am Schluss gibt es eine Konferenz, da stellen die ihre Konzepte vor. Das andere Konzept ist ein Konzept, da wird über ein ganzes Semester lang ein neues Gesundheitssystem aufgestellt für ein Fantasieland. Das sind so die beiden Konzepte, die auch von mir tatsächlich regelmäßig durchgeführt werden. Und dann gibt es noch ein Konzept von Dietmar Sterner, so eine 24-Stunden-Challenge, die er des Öfteren durchführt. Das ist auch ein ganz interessantes Konzept, das ich mit vorstellen werde, wo es dann darum geht, wirklich in 24 Stunden eine richtig kräftige Aufgabe zu lösen, wo die Leute auch unter Zeitdruck sind. Und in all diesen Konzepten ist gemeinsam, dass es um eine große Herausforderung geht, dass es um etwas geht, um ein größeres Projekt, um etwas, was nicht schnell abgehandelt werden kann. Ich schaue etwas nach und löse es dann, sondern es ist umfassend. Es geht auch um komplexes Denken. Es geht darum, Dinge, die man vorher gelernt hat, ganz wichtig, man muss da auf Wissen zurückgreifen können, dann in einer Art Praxis, Umfeld, das wir schaffen, anzuwenden. Aber über einen längeren Zeitraum, über ein größeres Thema hinweg, wirklich eine größere Herausforderung anzunehmen. Und wir glauben, dass das eine Möglichkeit ist, für die Studierenden da etwas ganz Spezielles zu lernen. Also unterschiedlichste Dinge, aber eine spezielle Form des Lernens. Ja, also das heißt, eine spannende Form von Deeper Learning wird hier umgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt einem Lehrenden sage, naja, Lernen mit Herausforderungen, dann wird er mir mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das mache ich doch eh. Und wieso muss ich das nochmal neu benennen und so? Und halt diese üblichen Argumente, wenn man mit etwas Innovativen, Didaktischen daherkommt, was könnten wir denn dazu sagen? Ja, man muss es im Grunde gar nicht neu benennen. Aber es hat sich schon herausgestellt, dass das, was wir machen, wir haben eben eher für ein Konzept einen Namen gesucht und haben eben festgestellt, dass wir da größere Dinge machen, dass wir die Leute nicht nur so ein bisschen herausfordern, sondern so richtig ins kalte Wasser werfen. Und das ist eine Form, die oft nicht so gemacht wird. Natürlich soll Lernen immer eine Herausforderung sein, ist es nicht immer. Aber das ist, glaube ich, schon noch was Besonderes. Und wenn man sich diese Projekte anschaut, wird man sehen, dass es sehr umfassend ist und dass da einfach dann auch, und das ist das Wichtige, ein Konzept dahinterstehen muss. Es geht nicht einfach nur, die Leute mit einer Herausforderung zu konfrontieren und sagen, macht mal und wir schauen, was dabei herauskommt, sondern wichtig ist, ein klares Konzept von Anfang bis Ende durchdacht zu haben. Und man darf es nicht unterschätzen, die Herausforderung ist nicht nur auf der Seite der Studierenden, sondern die Herausforderung ist auch auf der Seite der Lehrenden, die mit jedem dieser Durchführungen wirklich auch viel Arbeit haben und immer wieder herausgefordert sind, weil es immer wieder individuell was ist. Wenn ein neues Konzept für dieses Fantasieland an Gesundheitssystemen entwickelt wird, müssen wir uns immer wieder neu drauf einlassen, als Lehrende mit unserem Background da reingehen und haben da eine echte Herausforderung. Also die ist durchaus auf beiden Seiten. Und wir lernen auch bei jedem Mal wieder etwas Neues, müssen neu auf die Leute reagieren. Macht dann natürlich, wenn man eine gewisse Begeisterung dafür mitbringt, auch sehr viel Freude. Ja, gut, das wird sicher ein spannender Beitrag zum Tag der Lehrende, und auch die Möglichkeit, mit dir sich direkt zu vernetzen. Und darauf freuen wir uns schon sehr, bis zum Tag der Lehre. Danke dir. Gerne, danke.